hallo welt da sind wir wieder hier in unserem camp wir bauen jetzt hier draußen noch ein paar sachen auf also die sachen die wir eingelagert haben und dann räumen wir unser lager vielleicht locheln wir danach noch ein bisschen unser lager auf ein paar sachen können wir vielleicht drin lassen vielleicht können wir die später irgendwann noch mal verwenden später müssen wir dann auch kupfer noch mal suchen wie wir sehen damit wir unten die teile da verbinden können also die 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 teile die wasserteile da unten die 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 doch so aber erst mal bauen wir uns hier noch ein paar schöne sachen auf also gelagert gelagert geht nicht geht doch so eine waffenwerkbank zum beispiel für draußen heute kann man eigentlich beide draußen hinstellen oder die andere doch auch bestimmt so zum beispiel so zumba echt jetzt so so ja so das ist irgendwie gruselig wenn sich in windows automatisch irgendwie was verstärkt und die lautstärke gerade wieder plötzlich weg war vom mikro da das heißt dann wieder schneiden die folge das sieht aber nicht so schön aus hier vielleicht kann man das doch besser daneben stellen das ist aber nicht gerade genug daneben oder fällt mir gerade was ein nein 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 das meinte ich nicht ja die ballons einlagern und mir fällt da ein wir haben glaube ich auch noch eingelagert nämlich diese podeste nein haben wir nicht wie kommt das denn hat das ist natürlich schade und ich dachte wir hätten hier noch die podeste die sich hier eingelagert und dann dachte ich können wir das dann gleich hier verwenden noch mal ja ja Okay. Das gefällt mir aber auch alles nicht. Nee, komm, weg damit. Verwerten gleich. Das müssen wir irgendwie anders machen hier. Das müssen wir nicht mehr machen. Okay. Ach, da haben wir auch acht Ballons hier eingelagert. Ach so, das sind die, weil wir das einmal versetzt haben alles. Ja, die sind das. Türen können wir auch nachher noch schön reinsetzen und genau Wasser brauchen wir. Schamutziges Wasser zum Beispiel zum Abkochen und vielleicht aber auch hier für die Medikamente, wollte ich sagen. Ja, für die Laborstation. Also, wenn diese hier nicht geht, vielleicht geht diese hier besser. Das sieht auch nicht so schön aus, wenn das so in der Luft hängt, alles. Wäre besser, wenn das ein bisschen im Boden versinken würde. Ja, ich glaube, hier geht das. Das ist so ziemlich gerade, meine ich. Also hängt nicht in der Luft wenigstens. Ah, so geht das doch. Das gefällt mir so. Oh, okay. Und, fängt das schon an hier? Helvetia fängt nicht an? Okay. Ein paar Stühle hier draußen wären nett, oder? Oh, ein Fußabtreter. Okay. Ja, der gefällt mir besser. Sind wir soweit? Können wir Türen schon einsetzen? Wir sind bei weitem noch nicht soweit. Nein, nein. Das dauert hier noch. Ach, da sind sie ja, die Stühle. Okay. Wir sind sie ja, die Stühle. Und das Freise. Was wöre? Wir sind hier. Okay. Die Jukebox. Muss doch rein. Irgendwo. Oben. Haben wir noch Teppiche irgendwo gelagert? Ah, ich verstehe. Keine Teppiche. Was ist hier mit eigentlich? Mit diesen Ressourcen? Budget der Werkstatt wurde überschritten. Das kann nicht gebaut werden. Super. Ah, da kommen gleich Bramine wahrscheinlich, oder? Düngerproduzent. Ja, und das bedeutet dann wahrscheinlich... Achso, Moment mal. Wir haben gar keinen Klingenkorn. Aha. Deswegen geht das nicht. Ich dachte, da kämen sofort Bramine mit dazu und dann würde das ein bisschen teuer werden. Mal gucken, was wir hier noch so verteilen können. Achso, nein. Wir wollten ja einen Teppich legen da noch oben, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Da sehe ich doch gerade was. Warum bauen wir sowas nicht auf? Baut. Da wird es aber langsam Zeit dafür. Ja, ich habe doch Geduld schon. Ist mir doch egal, wie das ruckelt. Auf der Aufnahme läuft es ja wenigstens. Hoffe ich mal, ne? Das ruckelt heute jetzt hier so in den letzten Aufnahmen extrem. Also, die muss ich mir mal angucken, ob das da überhaupt geht. Ich glaube, gleich geht das Event los. Wenn da schon so ruckelt hier alles. Ne, das kriegt man gar nicht hingestellt. Oh, das waren die Zelte. Die haben so geruckelt. Ja, ruckeli, ruckeli. Irgendwann reicht es mir hier. Dann schalte ich das alles aus. Und dann hat sich das was. Und dann schalte ich das. So, Dixi-Klo. Hoffentlich macht es auch jemand zauber dann. Ja, die Dinge passen hier wirklich nicht in, da so am Berg. Da fällt man ja runter nachher noch. Wanddekorationen, was haben wir denn da? Nichts Neues dazu bekommen, ha? Ah, nein. Ah, nein. Okay, die Teppiche. Machen wir eins nach dem anderen. Bodendekor. Da vermute ich sie mal. Ah, hier ist der Runde. Okay. So, man kommt von hier unten hoch. Nach oben. Nach oben. Da. 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 Ja, wenig Töpfchen. Siege hat man hier zur Auswahl, aber... Och, hier ging ja noch was. Und, was kostet der? 20? Haha, 300! Ja, bin ich denn Krösus? Was kann der denn alles? Ach, das ist nicht mal einer für den Boden. Doch. Aber hier hängt er an so einem Gestell. Wie kommt das denn? Da ist er auf dem Boden. Bekommt man doch vielleicht zwei dafür. Ja, aber trotzdem viel zu teuer. Nee, 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 nee. Stelle dieses Alphorn in dein Camp. Steht es einmal da? Da kann es aktiviert werden. Feiere Fastnacht mit dem dröhnenden Tuten des Alphorns. Wow, jetzt echt? Wisst ihr was? Ich mag Musik. Wir kaufen das jetzt. Und die Fastnacht. Das Event geht los. Ach, da ist so ein Hampel dabei. So ein Manneken ist da vorne vor. Den will ich nicht. Ich möchte nur das Ding hier aufstellen. Vorne schön. So, egal. Wir sind, glaube ich, nicht überladen. Wir haben ganz schön Durst. Oh, da ist ja irgendjemand. Wir haben ganz schön Durst und sind auch ganz schön verstrahlt. Aber ich glaube, einmal mitlaufen können wir noch. Blackwater Brew. Warum ist denn das hier geherzt bei uns? Ha, da geht's los. Hallo, die Ersten sind schon da. Das ist nicht bei mir hier. Das findet da unten statt. Ich bin... Ich bin selber überrascht, dass es so schöne Bauteile hier gibt. Hallo. Oh, wir müssen mit dem Zeremonienmeister sprechen. Jemand, der schnell ist. Oha. Da ist gar nichts. Gar kein Name, meine ich. Ach so, wenn man sich versteckt, wenn man sich bückt, dann ist der Name gar nicht da. Wow, bin ich hier am ruckeln. Meine... Ich frage mich, wie das aussieht, wenn man uns beobachtet. Bleiben wir da auch immer stehen? Nö. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hier. Oh oh, das wird knapp. Wir können aber doch schnell rennen. Zeremonienmeister. Zeremonienmeister. Hallo. In der Stadt geht es so wie im Stock. Besonders im Holighaus. Willkommen, meine Damen. Don you turn, do. Grab a lantern and get ready for fast night. Ja, endlich. Willkommen alle miteinander in Helvisia, wo Appalachias beste Rundfunk, um hier nicht zu sein, einzige Fastnacht veranstaltet wird. Aha. An Fastnacht kann man eine Menge Spaß haben. Es gibt Wunder, die Sie probieren können. Unter anderem unsere besonderen Kraften und Lustchen. Und was wäre Fastnacht ohne einen Umzug und das Feuer, das Pferdnachchen Frost, fündende Ideen verschafft. Ha 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 ha. Schön, denn das ist ein Simikas Mord. Ha 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 ha. Der Umzug wird bald beginnen. Naja, falls diese Faulenzer rechtzeitig in Position gehen. Seien Sie so gut und erinnern Sie Sie daran, dass Sie loslegen sollen. Ach so, jetzt geht's los. In der nächsten Folge machen wir das allerdings erst. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.